Willkommen beim Webinar Lösungswege zum effektiven ESG-Reporting in der SAP-Landschaft. Navigationshilfe durch den ESG-Tool-Dschungel für SAP-Kunden. Sie sind als Teilnehmer stumm geschaltet, können aber jederzeit Fragen in den Chat schreiben. Die Folien werden geteilt und das Video gibt es als Aufzeichnung. Also Screenshots und Sorgen etwas zu verpassen, brauchen Sie sich nicht machen. Folgende Inhalte haben wir für Sie mitgebracht. Wir gehen kurz ein auf die Notwendigkeit von ESG-Reporting in der aktuellen Geschäftswelt. Dann schauen wir intensiv auf die drei Lösungswege mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen, die wir für SAP-Kunden sehen. Zum Schluss gibt es eine Zusammenfassung und zentrale Handlungsempfehlung. Beginnen wir mit der Notwendigkeit von ESG-Reporting in der aktuellen Geschäftswelt. Zum einen ist da die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen zu nennen, sprich Compliance. Durch ESG-Reporting können Unternehmen gesetzliche Anforderungen und Standards erfüllen, was mögliche negative rechtliche Konsequenzen und Strafen vermeidet. Da ist dann auch noch das Stakeholder-Interesse hervorzuheben, denn ESG-Reporting ist für ein weites Spektrum an Stakeholdern relevant. Dazu zählen dann Investoren, Mitarbeiter und Kunden zum Beispiel. Transparente und nachhaltige Unternehmen werden als verantwortungsbewusste und attraktive Option wahrgenommen. Das ESG-Reporting erlaubt, Unternehmen Risiken, die mit ihren Geschäftstätigkeiten einhergehen und auch mit Lieferketten und Investitionen im Zusammenhang stehen, zu identifizieren und zu steuern. Und zuletzt ist da auch noch die Steigerung der Effizienz und Innovationsfähigkeit zu nennen. Denn ESG-Reporting fördert die Identifikation und die Beseitigung von Ineffizienzen und inspiriert zu umweltfreundlicheren und sozial verantwortlichen Handlungen. Ein oft weit verbreiteter Irrglaube ist nämlich, dass dieses ganze Nachhaltigkeitsthema nur Geld kostet und nichts bringt. Es gibt aber jede Menge Low-Hanging-Fruits, die nach Nutzung der ESG-Daten erst transparent werden und genutzt werden können und dabei jede Menge Effizienzpotenzial offenbaren. Ein kurzer Überblick auf das IT-Projekt zum ESG-Reporting als Ganzes. Das fachliche Vorprojekt holt alle Stakeholder ab. Es ist noch alles sehr schwammig in dieser Phase. Dazu zählt beispielsweise die Durchführung der Wesentlichkeitsanalyse, nach welchen Regularien sich das Reporting richten muss in der EU, zum Beispiel nach der CSRD, und auch, ob nur diese Regularien erfüllt werden sollen oder das Unternehmen selbst weitere Ideen hat, wie weit darüber hinausgegangen werden soll. Zum Beispiel die Integration mit der Unternehmensplanung oder mehr Detailgrad und Flexibilität im Reporting zu liefern. Der Output aus diesem fachlichen Vorprojekt ist also wesentlich für die Formulierung der fachlichen Anforderungen, die jetzt folgen. Hinzu kommen die technischen Anforderungen. Hierzu zählt beispielsweise die SAP-Strategie eines Unternehmens. Mehr SAP-Zentrierung in Zukunft gewünscht? Dann fallen die Third-Party-Lösungen wahrscheinlich weg. Bereits ein BW oder eine Datasphere mit dem Großteil der relevanten Daten im Einsatz? Dann könnte das eine naheliegende Option sein. Wie bei der allgemeinen Auswahl von Data Analytics Tools sollten Sie dabei ein gesundes Mittel zwischen jedes erdenkliche Detail mit berücksichtigen und vor schneller Entscheidung finden. Wenn Sie die Auswahl dann getroffen haben, kommen die aus anderen Phasen bekannten weiteren Schritte, nämlich die Entwicklung oder das Einführungsprojekt, das folgt hier drauf, oder ganz am Ende, nach dem Go-Live, der Übergang in den Betrieb und die Wartung. Bevor wir zu den drei Lösungswegen kommen, möchte ich zuvor gerne noch zwei Lösungswege im Vorhinein begründet ausschließen. Warum das ESG-Reporting denn nicht direkt im S4HANA implementieren, also dort, wo die Daten liegen? Im S4HANA haben wir doch die Tabellen, auf deren Basis wir mit CTS-Views ein virtuelles Datenmodell erstellen können. Darauf dann die SAP Analytics Cloud setzen als Frontend, mit einer Live-Connection anbinden und direkt die entsprechende Story entwickeln. Das ist keine Option. Leider hält dieses sehr einfache hier skizzierte Szenario der Realität in Unternehmen nicht stand. Es gibt neben Daten im S4HANA, die durchaus oft relevant sind für das ESG-Reporting, auch noch viele weitere SAP- und nicht SAP-Datenquellen, die relevante Daten für das ESG-Reporting enthalten. Diese müssten in das S4HANA integriert werden, aber das ist generell nicht Sinn und Zweck dieses ERP-Systems und damit eher unerwünscht. Vor allem, wenn man das Paradigma Keep the Core Clean erfolgt an der Stelle. Also diese Datenquellen dann vielleicht direkt in die SAC einbinden. Leider ist das nicht der Fokus von der SAC. Die Datenmodellierung dort ist zu stark beschränkt, dass man hier eine Empfehlung dafür aussprechen könnte. Und im ESG-Reporting-Umfeld ist es durchaus üblich, dass eine komplexe Modellierung und viele Berechnungen notwendig sind. Und weiterhin gibt es im S4 keine echte Historisierung bzw. das Risiko der Archivierung. Man möchte ja gerne auch in die Vergangenheit schauen können, wie da die Emissionen zum Beispiel waren oder die anderen Veränderungen an den anderen Kennzahlen. Die CDS-Views haben durchaus hier und da auch Limitierungen. Man kann zwar jede Menge in so einem virtuellen Datenmodell machen, aber manchmal wird es dann mit sehr, sehr vielen komplexen Berechnungen durchaus langsam. Da ist hier und da eine Persistierung durchaus sinnvoll. Das ist eben kein spezialisiertes ESG-Reporting-Tool, so ein S4. Es hat halt einfach einen ganz anderen Fokus und auch nicht zu vernachlässigen, die Kapazität im S4-Team ist meistens schon ohnehin mit dem Daily Business am Limit. Und wenn da jetzt auch noch das komplette ESG-Reporting umgesetzt werden soll, würde man die Kapazitäten da weiter strapazieren. In Summe ist es also keine gute Idee, das ESG-Reporting direkt im S4 umzusetzen. Und warum nicht in Excel, beziehungsweise wenn Sie ESG-Reporting schon dort umgesetzt haben aktuell, warum nicht weiter dort betreiben? Das haben wir uns bereits in diesem anderen Webinar genauer angeschaut. Und einfach mal eine kurze Zusammenfassung. Excel hat nach wie vor natürlich seine Daseinsberechtigung. Aber wenn man mal die fachlichen und technischen Anforderungen an ein ESG-Reporting versucht, mit Excel umzusetzen, da treten sehr schnell Limitierungen und Risiken auf. Hier mal ein kurzer Auszug von 5 aus dem Webinar. Das Ganze ist nicht massendatenfähig. Steigende Formelkomplexität, Risiko der Datenkorruption, geringe Datensicherheit und Excel für eine ESG-Reporting-Lösung ist halt einfach auch nicht auditfähig. Jetzt aber zu den drei Lösungswegen, die für Sie als SAP-Kunden aus unserer Sicht relevant sind. Werfen wir zunächst einen Blick auf das SAP-Lösungsportfolio. Als erstes besteht die Option der Individualentwicklung. Hier finden Sie alte Bekannte im Backend wie die Datasphere, das BW oder die HANA und jeweils im Frontend die SAP Analytics Cloud. Die zweite Option ist die Nutzung von spezialisierten Tools. Hier bewusst der Plural. Es gibt nämlich mehrere. Der Sustainability Control Tower, kurz SCT. Das Sustainability Footprint Management, kurz SFM. Und das Environment Health and Safety Management, kurz EHS. Und die ergänzen sich, also so ein bedarfsgerechter modulare Aufbau an der Stelle dort auch möglich. Die letzte Option, abseits der SAP-Welt, ist natürlich die Nutzung von, jetzt aus SAP-Sicht, Third-Party-Tools. Hier sind nun mal einige zu nennen, zum Beispiel die große Player wie IBM mit NVC oder Microsoft mit der Cloud for Sustainability. Aber auch kleinere Player wie Envoria oder Verso sind hervorzuheben. Und das ist nur ein kleiner Auszug. Es gibt nämlich einen großen Sack voll Tools für ESG Reporting. Und das macht natürlich die Entscheidung nicht leichter. Und deshalb schauen wir uns heute mal die einzelnen Hauptlösungswege an, nämlich die Nivalentwicklung, spezialisierte SAP-Tools und Third-Party-Tools und benennen jeweils die Vor- und Nachteile. Zuvor hatten wir die Aufteilung in SAP- und Nicht-SAP-Lösungen gesehen. Nun einmal die Aufteilung in Selbstentwickeln oder Kaufen. Dort gibt es auch jede Menge Vor- und Nachteile. Hier jetzt nun mal ein kleiner Auszug. Beim Selbstmachen steht als positiver Punkt natürlich, dass es eine maßgeschneiderte Lösung ist. Und die sehr anpassungsfähig ist, auch für zukünftige Änderungen. Nachteil ist, das Ganze kostet viel Zeit in der Entwicklung und ist potenziell teurer. Auf der Kaufenseite kann man positiv hervorheben, dass das Ganze zeit- und ressourcensparend ist, auf bewährte Mechanismen zugegriffen werden kann und die Implementierung einfach schneller ist. Einschränkungen gibt es aber auf jeden Fall in der Individualisierung. Also die Anpassungsfähigkeit ist nicht so hoch wie in der Eigenentwicklung. Werfen wir nun direkt den Blick auf Lösungsweg 1, die Individualentwicklung. Eins noch vorweg, natürlich kann die Individualentwicklung auch auf einem Non-SAP-Technologie-Stack durchgeführt werden. Wir wollen uns hier in diesem Webinar aber auf die SAP-Analytics-Lösung fokussieren. Die bieten die beste Integration zu SAP-Quellen. Ob es das S4HANA ist, die Einkäufe, Lieferungen und so weiter, Success-Factors für HR-Informationen oder Concur für Reisen. Die SAP-Datenquellen sind dort am besten aufgehoben. Man hat auch einen sehr hohen Anpassungsgrad. Wenn irgendwo etwas noch nicht vorhanden ist, dann kann man das noch dazu entwickeln. Und das ESG-Reporting, wie der Name Reporting auch schon sagt, benötigt Funktionalitäten aus dem Bereich DWH-BI-Tools. Zum Beispiel Berechtigungskonzepte, Auditierbarkeit, Datenmanagement. Das sind alles Themen, die da gut abgebildet werden können. Auch SAP-spezifische Funktionalitäten wie Hierarchien, Währungs- oder Mengenumrechnungen können dort optimal umgesetzt werden, was andere Tools eben nicht einfach mal so können. Und zuletzt die Integration in ein bestehendes Reporting und die Planung ist möglich. Die ist nämlich oft schon bereits in den genannten Backend- und Frontendlösungen existent. Wie schön es jetzt wäre, wenn es dabei bleiben würde, aber natürlich gibt es auch Nachteile. Zum einen ist da zu nennen, man hat relativ hohe Projektkosten bei der Entwicklung und bei der Einführung, weil das Ganze from scratch aufgebaut werden muss. Da ist dann auch noch die längere Projektlaufzeit zu nennen, der Wartungs- und Upgrade-Aufwand. Es müssen auf jeden Fall auch Kompetenzen überhaupt vorhanden sein und Kapazitäten. Ansonsten muss das Ganze extern vergeben werden. Und die Non-SAP-Datenintegration ist auch nicht perfekt. Aber es müssen eben nicht SAP-Systeme eingebunden werden. Und damit kommen wir dann zum Lösungsweg 2, die SAP-Tools. Die eben schon gesagt, der SCT, der SFM und das ERS sind hier zu nennen. Und die sind eben speziell für das ESG-Reporting entwickelt worden. Decken also die ganzen Standards, die es so gibt, ab. Also die CSRD bzw. die ESRS werden dort abgedeckt, aber auch andere Frameworks aus anderen Regionen. Wie eben schon erwähnt, das Ganze hat einen modularen Aufbau. Also wenn Sie eine der Lösungen nicht brauchen, dann müssen Sie die auch natürlich nicht lizenzieren. Sie müssen nur das sich holen, was Sie auch wirklich brauchen. Die Weiterentwicklung findet natürlich von SAP statt. Also wenn sich irgendwas an den Rahmenwerken, wie jetzt zum Beispiel den ESRS, ändert, dann wird die SAP dafür auch Sorge tragen, dass diese Änderungen in die Lösung Einzug halten und Sie direkt davon profitieren und selbst eben nicht den Weiterentwicklungsaufwand haben. Und auch hervorzuheben, die beste Integration zu SAP-Datenquellen, wie eben auch schon bei den BWs und Dataspheres dieser Welt. Da ist einfach die beste Integration und genauso bei diesen SAP-Tools profitiert man eben auch von der sehr guten SAP-Integration. Die Anpassbarkeit ist ebenfalls gegeben. Hier ist vor allem bei SCT hervorzuheben. Und durch den Einsatz dieser vorgefertigten Tools, die speziell dafür entwickelt worden sind, wird natürlich auch die Projektlaufzeit verkürzt. Hier auch Nachteile zu nennen. Vergleichsweise handelt es sich hierbei um noch junge Produkte. Teilweise ist der Funktionsumfang im Vergleich zum Beispiel zu Third-Party noch nicht so weit. Non-SAP-Datenintegration ist auch nicht perfekt. Und das Ganze ist natürlich nicht so flexibel wie die Individualentwicklung. Und es ist Schulungsaufwand erforderlich, weil es sich ja um gänzlich neue Tools handelt, die auch jemand bedienen muss, einführen muss und nachher warten muss. Und zuletzt der dritte Lösungsweg. Die ganzen anderen Tools, die es wie Sand am Meer gibt. Wie eben schon gesagt, zum Beispiel in Wisi, Microsoft Cloud for Sustainability, die Entwuri oder Verso hier zu nennen. Es gibt aber viele, viele, viele andere auch noch dazu. Vorteile. Die Lösungen sind oft über viele Jahre gereift. Und man hat, weil es so viele Tools gibt, einfach die Möglichkeit, das Tool auszuwählen, was am besten passt, weil es schon ein bisschen flexibler an der Stelle. Man hat eine große Funktionsvielfalt. Die Projektgeschwindigkeit wird natürlich erhöht, indem man etwas von der Stange kauft. Der Anbieter sorgt für die Weiterentwicklung. Und man schafft es dadurch, wenn man das möchte und das die Strategie ist, die Abhängigkeit von SAP-Lösungen zu reduzieren. Auf der Nachteilseite ist auf jeden Fall die Integration mit der SAP-Infrastruktur wird erschwert. Das ist nicht zu vernachlässigen. Also da werden auf jeden Fall mehr Aufwände entstehen. Die SAP-Daten dann auch in die Tools reinzubekommen und die Tools, wenn im Reporting auch auf die Daten zugreifen soll, die da errechnet werden, dann auch wieder zurück in die SAP-Infrastruktur zu integrieren. Dann sind auch die Funktionalitäten wie SAP-Hierarchien und Umrechnungen nicht direkt dort supported. Da hat man auch mehr Aufwand, wenn man sowas braucht. Auch zum Beispiel in der hierarchischen Organisationsansicht zu sehen, wo denn welche Missionen entstanden sind. Der Schulungsaufwand ist erforderlich. Man hat eine neue Anbieterabhängigkeit. Und die Integration des allgemeinen Reporting, wenn das dann in SAP abgebildet ist, ist natürlich auch erstmal so nicht vorhanden und dafür muss dann gesorgt werden. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Fassen wir noch einmal zusammen. Nach Ausschluss eines ISG-Reportings in S4HANA und Excel sehen wir für Sie als SAP-Kunden drei wesentliche Lösungswege. Jeder dieser Wege hat spezifische Vor- und Nachteile. Ihre Wahl sollte auf einer gründlichen Bewertung Ihrer Unternehmensanforderungen und den vorhandenen Ressourcen beruhen. Somit gelangen Sie zu einer bedarfsgerechten ISG-Reporting-Lösung. Egal welchen Weg Sie wählen, stellen Sie sicher, dass Sie internes Fachwissen aufbauen, auf fachlicher und technischer Seite, um das Tool effektiv nutzen zu können. Erwägen Sie die Nutzung von Testversionen oder die Durchführung eines Pilotprojekts, um die Eignung des Tools zu prüfen. Ein Scheitern innerhalb eines solchen Testrahmens ist wesentlich angenehmer als zur Berichts-Deadline, ohne fertigen oder korrekten Bericht dazustehen. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Updates und technologischen Innovationen, um einfach sicherzustellen, dass Ihr ISG-Reporting relevant und aktuell bleibt. SAP hat zum Beispiel mit dem Green Ledger eine tolle Vision vorgelegt. Jetzt gilt es auch, dort die Lösung weiterzuentwickeln. Denken Sie sowohl an die Projekte als auch an die fortlaufenden Kosten von Lizenzgebühren bis hin zum Support. Planen und implementieren Sie die ausgewählte Lösung sorgfältig und haben Sie damit eine reibungslose Einführung. Aus unserer Sicht werden ISG-Reporting-Projekte tendenziell unterschätzt, was deren Umfang und Komplexität anbelangt. Und zu guter Letzt behalten Sie im Hinterkopf, dass das ISG-Reporting ein essentieller Teil Ihrer langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie ist. Ihre Investition in das richtige Tool wird sich also auszahlen. Vielen Dank, dass Sie bei dem Webinar dabei waren. Ich freue mich schon sehr auf die Diskussion mit Ihnen in den nächsten Tagen und Wochen über dieses spannende Thema ISG-Reporting. Bis dahin. Nachhaltigkeitsstrategie Vielen Dank.